Hast du ne Idee? Weiß nicht, ob ich die laut sagen darf, weil ich hab das Gefühl, ich bin wirklich ein bisschen unterspannt für die Sendung. Ja. Ob ich dir das Essen ins Ohr flüstere und dann sagst du mir, ob ich das laut sagen darf. Leiser, leiser, du bist sehr, sehr laut. Soll ich das wie im Dschungelcamp machen, dass ich das Mikrofon zuhalte? Wie im Dschungelcamp. Ich weiß genau, was du machen willst. Und ne Meerschweinchen. Auf keinen Fall. Es geht auf keinen Fall. Es ist ne kreative Idee in dem Sinne, aber es ist nichts, was wir machen können. Hast du nachgedacht oder ist es eher nicht nachgedacht? Ich wollte was machen. Also ich denke mal, wir werden morgen um Viertel nach acht 15 Minuten Sendezeit zur Verfügung haben, das steht schon mal fest. Was genau da passiert, das kann man jetzt noch nicht so sagen.